Musik Manchmal frage ich mich Wer spricht da eigentlich in mir? Ist es der kleine Gartenzwerg? Oder höre ich auch manchmal die Stimme des Zimmermanns vom Berg? Wem vertraue ich? Wer bewährt sich? Man müsste eigentlich alles ganz anders machen. Theoretisch würde es vielleicht schon irgendwie gehen. Ja, 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 nur eines ist klar. Ich bitte? Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht ich? Naja... Irgendwann einmal... Was kann ich da schon tun? Vielleicht... Ja... Vielleicht... Ja... Nein... Vielleicht... Ja... Ja... Ja, 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 ich bin da, denn du bist der, ich bin da. Wann, wann, wenn nicht jetzt, wo, wenn nicht hier, ich bin da, wenn nicht weh, wenn nicht weh. Wann, 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 wann.